2022 haben wir direkt hinter uns gelassen, beziehungsweise ich habe die heutige Episode für dich aufgenommen am Nachmittag des 31.12.2022. Jetzt gerade haben wir 15.30 Uhr auf den Gongschlag, genau sozusagen. Und ich habe mir heute die Zeit genommen, nochmal das Jahr zu reflektieren und die letzten Monate wirklich Revue passieren zu lassen. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich bin dazu noch gar nicht gekommen, es kamen Weihnachten, die Feiertage, Besuche, Termine, vielleicht die Arbeit, Silvester. Jetzt heute, am 2. Januar, wünsche ich dir, dass du, falls du die Reflexion noch nicht gemacht hast, sie heute nachholen kannst, oder dass du dir schon mal Gedanken machen kannst, wie auch das neue Jahr ausschauen soll. Lass uns also rein starten in das Thema Reflexion des alten Jahres und auch die Planung des neuen Jahres. Viel Spaß! Reflexion ist so ein großes Wort und gerade über den Jahreswechsel haben wir, sind wir doch mal ganz ehrlich, überall gelesen und gehört, oder? Und es gibt die verschiedensten Möglichkeiten zu reflektieren, sich Dinge anzuschauen, zu überlegen, wie waren die letzten Monate, Wochen, Tage, wie war denn so das letzte Jahr? Vielleicht hast du schon so ein Bauchgefühl und sagst, yes, das war richtig gut. Oder du sagst, hey, ganz ehrlich, das war überhaupt nicht mein Jahr. Oder du sagst, boah, es gab ganz viele Ups, ganz viele Downs. Zum Beispiel bei mir waren es extrem viele Ups und extrem viele Downs, aber es war extrem. Es ging nicht so ein bisschen hoch und runter, sondern es ging steil hoch und krass runter. Und zwischenzeitlich wusste ich wirklich nicht, hey, wenn das so weitergeht, wie soll ich dieses Jahr denn packen? Und genau deswegen will ich mit dir durchgehen. Wie kannst du auf das Jahr zurückblicken? Wie kannst du das neue Jahr beginnen? Und jetzt direkt am 2. Januar mit Tatendrang, Motivation und Freude rein starten, egal was im letzten Jahr passiert ist. Und ja, das ist schwer, das ist schwierig, das sind große Worte. Doch ich wünsche dir von Herzen, dass du hast viel lernen können und dass du gesund ins neue Jahr starten durftest und jetzt eben voller Motivation durchstarten kannst. Wichtig vorne ab oder vorweg, es ist ein Kompass. Ich möchte dir quasi ein paar Ideen mitgeben, denn für mich ist die Jahresplanung für den einen gar nichts. Das, was die andere macht, vielleicht total etwas. Und bei dir wird es wahrscheinlich genau gleich sein. Möglicherweise denkst du dir bei Punkten, boah, nee, danke, überhaupt nicht meins, will ich nicht machen. Und bei anderen Sachen denkst du dir, der Hammer, so will ich es machen. Deswegen nimm das Ganze als Leitfaden für dich mit. Ich höre sehr gerne den Podcast von Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster. Und auch da ging es vor Weihnachten um die Jahresplanung. Während die eine Person, in dem Fall Lea-Sophie, extrem klar geplant hat und gesagt hat, sie will das durchtakten und wirklich jeden Monat ein Ziel haben und ganz genau wissen, was, wann, wie, wo passiert, hatte Verena Pauster gesagt, äh, nee, wo bleibt denn da noch die Überraschung? Ich möchte mich vom Leben überraschen lassen. Ich möchte nicht alles durchplanen. Ich will gucken, was sich ergibt. Und das fand ich super interessant, denn früher habe ich echt geglaubt, ich muss die Jahresplanung ganz exakt durchtakten. Ich muss wissen, an welchem Tag, in welcher Woche, in welchem Monat, wann passiert was, welches Quartal steht für was. Und ja, natürlich ist das wichtig zu wissen, wo möchte ich hin? Was sind meine langfristigen Ziele? Wo soll es hingehen? Nur, ich habe auch festgestellt, ich brauche, genauso wie Verena in dem Podcast, ich brauche die Möglichkeit, dass mich das Leben überrascht. Ich brauche Puffer und einfach mal Zeit zum, wie soll ich sagen, dahin träumen, genießen. Ja, so ein paar Lotter-Lebentage im Jahr, wo ich eben nicht alles genau geplant habe. Deswegen, das, was ich dir heute mit an die Hand gebe, ist wirklich ein Kompass und du darfst dir selber richten, was nimmst du davon mit, was ist nichts für dich, was kannst du umsetzen und wo sagst du, ja, klingt ganz nett, möchte ich aber anders machen. Ich habe am Anfang ein paar Fragen für dich herausgesucht, die ich auch für mich selber nutze, die mir persönlich sehr gut helfen, das Jahr erst mal zu reflektieren. Ich habe hier meine Notizen, denn ich kann mir natürlich auch nicht ganz alles im Kopf merken, aber die möchte ich mir derteilen, weil die Fragen mir sehr gut helfen, mir die schönen Dinge in Erinnerung zu rufen. Und wenn es dir auch hilft, vielleicht kennst du schon das Happy-Glas, das mache ich unfassbar gern. Das ist einfach so ein altes Marmeladenglas, ein recht großes Marmeladenglas und daneben lege ich so kleine Papierschnipsel, ich sage mal so zwei auf zwei Zentimeter. Und immer, wenn etwas richtig Schönes passiert oder was Tolles ist oder mich irgendetwas gefreut hat, dann nehme ich so einen kleinen Papierschnipsel, schreibe das drauf mit dem Datum, falte es zusammen, packe es in das Marmeladenglas und immer wieder übers Jahr schaue ich mir an, was ist denn dieses Jahr schon alles Gute passiert. Und am Ende vom Jahr leere ich dieses Marmeladenglas aus und schaue mir eben an, was war dieses Jahr alles los. Das Verrückte, ganz viele Dinge sind schon wieder untergegangen, weil ich mir die gar nicht alle merken kann. Doch beim Aufmachen der Zettel denke ich mir, krass, das habe ich dieses Jahr gelernt. Oder Wahnsinn, das habe ich dieses Jahr erlebt, in meinem Kopf ist das schon fünf Jahre her. Das ist zum Beispiel die erste Möglichkeit, wenn du sagst, du möchtest auch so kleine Momente für dich sammeln und ein klassisches Dankbarkeitstagebuch ist vielleicht nichts, was dich jetzt vom Hocker haut, dann versuch es doch mal mit dem Happyglas. Also die Frage Nummer eins, die mir sehr viel hilft, die ich dir mitgeben möchte, ist, was waren die drei schönsten Momente in diesem Jahr für dich? Was waren die drei tollsten Momente? Und auch hier, uns fallen ganz bestimmt die Dinge ein, die jetzt an Weihnachten vielleicht waren oder im Dezember. Was ist mit Sachen aus Januar, Februar, März? Zum Beispiel ist mein Neffe im Januar geboren und irgendwie, der ist schon so selbstverständlich in meinem Leben, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Krass, das war mein Highlight im Januar. Der kleine Mann ist geboren, der Hammer. Und das sind Dinge, da kann ich mich jetzt wieder dran freuen. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Aber wie Wahnsinn, dass alles gut gegangen ist. So eine Geburt ist ja echt immer ein Wunder. Und dass da alles geklappt hat. Und der kleine Zwerg, der macht uns wirklich alle glücklich, hält uns natürlich alle auf Trab. Aber das ist wirklich ein Highlight des Jahres. Deswegen, was ist für dich ein Highlight oder was sind die drei Highlights des Jahres für dich? Und dann in der Frage zwei kannst du sogar der ganzen Sache noch einen Schritt näher gehen. Was war pro Monat der schönste Moment für dich? Was waren Dinge, wo du gesagt hast, da hat sich mein Herz geöffnet? Das war traumhaft. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Wenn du dir es noch nicht aufgeschrieben hast, schreib es dir auf, schaust dir an, geh es durch und nimm dir die Zeit, dich nochmal darüber zu freuen. Drittens, und diese Frage ist auch, ja, die kam mir dieses Jahr an meinem 30. Geburtstag, als ich auch viel reflektiert habe. Ich nehme mir da sehr, sehr gerne die Zeit. Und das war eine Frage, die mich mit den Antworten sehr überrascht hat, positiv überrascht hat, weil ich nochmal meinen Fokus etwas klarer eingestellt und geschärft habe. Und zwar, welche Menschen haben mich positiv beeinflusst? Welche Menschen durfte ich vielleicht kennenlernen oder wieder in Kontakt treten oder sowieso in Kontakt sein? Und wer hat mich unterstützt? Wer hat mich positiv beeinflusst? Wer hat mir geholfen? Wer hat mich supportet? Wer hat einen positiven Rückblick in meinem Jahr hinterlassen? Und auch das ist etwas ganz Besonderes, wo ich dir nur wünschen kann, dass du es für dich herausfindest und vielleicht weißt du es schon und dir einmal aufschreibst und auch nochmal so durch das Jahr gehst und dir überlegst, hey, wer war da eigentlich alles so mit dabei? Wer war da besonders? Und manchmal gehen da Personen unter. Deswegen nimm dir wirklich die Zeit, schau nochmal durch und guckst dir an, wer für dich eine besondere Person ist, die dich positiv beeinflusst hat. Genau das Gleiche gilt auch im Negativen oder, wenn man es sagen möchte, im Lehrreichen. Soll heißen, welche Menschen, von welchen Menschen konntest du etwas lernen im letzten Jahr, von denen du Abstand nehmen möchtest? Was sind Menschen, wo du festgestellt hast, das tut mir nicht gut? Ich bin entweder energieloser, ich bin müde, ich fühle mich blöd danach, ich fühle mich ausgenutzt danach. Was sind Menschen, wo du sagst, es tut mir verdammt weh, weil wir kennen uns vielleicht schon eine Ewigkeit und jetzt muss ich hier jemanden gehen lassen. Aber manchmal ist es an der Zeit. Und da hilft mir ein Satz, den habe ich immer wieder vor Augen und der ist wirklich mein Mantra in solchen Situationen. Letting go is hard, but being free is beautiful. Und das ist echt so ein Punkt, jemanden loslassen, etwas loslassen, ist unfassbar schwer. Es ist so hart, weil es ist eine neue Situation, es fehlt jemand in deinem Leben, egal wie negativ die Situation vorher war, da ist auf einmal so ein Loch. Aber frei zu sein ist wunderschön. Und genau darum geht es. Ich weiß, das ist schwer. Ich musste das dieses Jahr auch zweimal machen oder jetzt, wenn du den Podcast hörst, im letzten Jahr, also 2022. Macht mir nie Spaß. Finde ich wirklich traurig. Ich wünschte, man müsste es nicht tun. Aber es gehört dazu. Manchmal lebt man sich auseinander, manchmal gibt es andere Fokuspunkte, manchmal ist das leider so. Und bevor man sich da in irgendeiner Form negativ beeinflusst oder bekriegt, ist Abstand das Sinnvollste, auch wenn es wehtut. Und ja, auch jemanden wie mir, der sich in der Theorie super damit auskennt und auch praktisch das Ganze vorlebt, auch mir fällt das schwer. Denn wir sind Menschen und wir haben nur alle Emotionen. Die nächste Frage lautet, woran, also an was, bin ich im letzten Jahr gewachsen? Welche Situationen oder welche Aufgaben haben mich sozusagen G- und B-fördert? Woran bin ich gewachsen? Was habe ich gelernt? Auch hier hilft mir wahnsinnig mein Happy-Glas, wenn ich das wieder ausschütte und da reinschaue, weil ich dann oft denke, ja, ganz ehrlich, kann ich schon ewig. Oh, äh, nee, ich kann es seit Mai. Und das ist wieder der Fokus, damit wir uns das in Erinnerung holen, zu sagen, hey, du kannst das erst seit vielleicht einem halben Jahr und das ist etwas Besonderes. Sei stolz darauf. Und die letzte Frage, die mir sehr, sehr dieses Jahr zum ersten Mal wieder in Erinnerung gekommen ist, die ich dieses Jahr wieder neu mit aufgenommen habe, die mir sehr wichtig ist und ich teile dir auch mit, warum. Die lautet, wo hatte ich Glück? Wo ist mir etwas passiert, wo ich einfach Glück hatte, für das ich nichts aktiv konnte, wo ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war? Warum habe ich diese Frage aufgenommen? Ja, als ich am Anfang, wie alt war ich, mit 18 und gerade 19 um den Dreh ins Unternehmertum gestartet bin, hat mir mein damaliges Umfeld eingebläut, okay, wir müssen hart arbeiten, du musst hart arbeiten, nur wer hart arbeitet, bekommt irgendwas im Leben. Und ja, das stimmt auch, wer arbeitet, dem wird gegeben beziehungsweise der wird was bekommen, logisch. Aber, und das fand ich ganz spannend, damals hieß es immer, nee, Glück braucht kein Mensch, Glück gibt es nicht, schmink dir das ab, Glück braucht man nicht. Entweder man arbeitet hart oder man hat halt Pech. Und ich habe das, ja, immer ein bisschen bezweifelt, aber gedacht, ja, okay, die Leute wissen, sie haben große Unternehmen aufgebaut, sie kennen sich aus, wenn das so ist, dann, gut, nehme ich das so hin. Schade, aber ist so. Und mittlerweile weiß ich, wir alle haben hin und wieder Glück. Und das ist natürlich das Schöne, auch mal das wertzuschätzen, zu sagen, da hatte ich Glück, vielleicht war ich genau zur richtigen Zeit an der richtigen Kasse im Supermarkt. Okay.